Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, euer Jessica Parker, mit dir live aus Berlin und... Es ist nett, das muss meine Mutter sein. Hallo, Mama. Hallo, mein Schatz, wie geht's dir denn? Alles gut. Du, wir haben uns so lange nicht mehr gesprochen, wir müssen mal wieder miteinander telefonieren ein bisschen. Ja, können wir gerne, aber ich muss heute noch ins Schwitz zur Popkicker, ist ja meine Party selbst. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, so pass mal auf. Also dein Vater und ich, wir waren heute Morgen bei Kaufland und jetzt stell dir mal vor, wir haben die gleiche Bank gesehen, die wir im Vorgarten zu stehen haben, die haben wir beim Bauhaus gekauft und die war aber jetzt 25... Hi. Ins Schwitz. Ja genau, Rolbergstraße 26. Ach, geil. Naja, und die Bärbel, die können ja sowieso gar nicht kochen und dein Vater, du weißt ja... Hi. Hi. Du und bei Bares für Rares, du weißt ja, wir gucken tagsüber normalerweise keinen Fernsehen, aber dann... Und da gibt's ja auch gar keine Parkplätze. Und da gibt's ja auch gar keine Parkplätze. Du, ich würd' dich gern mal was fragen. Du, willst du denn eigentlich ne Frau sein? Weil du siehst da halt schon richtig sexy aus. Und das ist da so, so urig und so ordentlich. Deinem Vater hat das auch so gut gefallen und ich möchte... Du Mama, ich geh jetzt schlafen, ja? Ja, okay, das kannst du gerne machen. Sag mal, du erzählst ja gar nichts mehr von dir. Was ist denn los? Du, willst du? 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 Du, willst du?